Hallihallo Löhle. Zurück zu Sacred. Ich habe gerade mal bei dem Hintergrund geguckt, aber der hat nur Müll. Nur Müll. Nicht mehr in Ansatzweise was Besseres. Nur alter Müll. Also müssen wir uns so weiter durchschlagen. Level Up auf 42 haben wir fast. Worte nicht allzu viel. Kann auch Kriegsschrei wieder anmachen. Gute ich auch ein Level erhöhen. Mal gucken was noch raus wird. Aber mein Ziel ist schon auf Niob durchzuspielen. Das möchte ich schon mal erreichen. Noch nie gemacht vorher. So muss ich halt erstmal ein paar Folgen verharmen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Zip kommen. Wow, das muss ich hier nicht rumlaufen. Da, die, da, die. Sog die Hölle. Ah, können wir noch einen Mentatrank nehmen. Haben wir da auch noch. Haben wir ein Level-Up. 42. Zweihandschneide-Sagen. 3-Fan. Magier-Stab. Level-Up. Ist doch das oder nicht. 33 Sekunden. 33 Sekunden. Dann können wir alle rauf. 33 Sekunden. Stärke. Zack. Verdammtes Goblin-Gezücht. Oh. Verdammtes Goblin-Gezücht. Vaboty. recoll 220 Sekunden. Dimm. 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 Ein starker Haltrang kostet ca. 1200 und Patscher quetschte. Für einen Goblin kriege ich ca. 1200 Gold und ca. einen starken Haltrang. Ich muss natürlich den ganzen Klüppchen verkaufen, ist klar. Da mal wieder einen. Da können die nicht stehen bleiben, ey. Das sind halt Goblins. Klein und hinterlässt dich. Da 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 da. Ähm. Armschienen der Armen. Geh weiter. Ich hab die nicht gestehen. So. Weiter geht's. Ah, ist jetzt wieder eine kleine Gruppe. Ja. Ja. Geh weiter. Wenn ihr natürlich eine bessere Idee habt, wo und wie man schnell leveln könnte, dann schreibt es mir einfach, bevor ich jetzt hier 18 Stunden lang fahre, bis ich irgendwann mal auf 50 vielleicht bin, wenn es schneller geht, klar, gerne doch. Kriegsschrei, 30 Sekunden, 8 Sekunden Regeneration, dauert es 33 Sekunden, da haben sie geguckt, hier habe ich viel drüber geguckt, hier habe ich Regeneration, hey, genau, und fort mit dir. Andertab Kugeln haben wir oben schon wieder, für eine XP-Leiste, soll ich erstmal verkaufen gehen, sind wir schon wieder ziemlich voll. Da, 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 ja, ja, sind wir voll, ne, ja, voll. Passt so gut wie nächstes mal rein. Genau, gleich gehe ich aber da hin. Genau. So, erstmal jetzt hier, eben verkaufen, gucken, was Besseres habe ich bestimmt nicht bekommen, glaube ich nicht. Aber mal gucken. Gucken wir mal, was haben wir denn da bekommen. Zwei-Handschwert-Schild, was, 95, ah je. Axt, 355. Man hat 493 bis 606 Sachen, nur Müll, findet man. Handschuhe, 44, ich habe 62, Kanone, ach, 108, ich habe 108, okay, die könnte vielleicht sein, Angriff 36 noch, 43, könnte besser sein. Ja, die ist besser, ein Wunder. Du weg, du weg, 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 weg. So, das finden wir, da ist wieder einer. Da haben wir wieder zwei, oh, und was. Okay. Da, 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 da. Dann werde ich wohl erstmal Axt-Kampf höher machen. Das Equip, das man hat, das levelt ja ein bisschen mit. Also die Axt-Maschwert habe ich nicht mit 493 bis 606 so irgendwie gefunden oder gekauft. Ja, die Sachen leveln schon ein bisschen mit, dass man nicht regelmäßig neue Sachen kaufen muss. Deswegen findet man auch selten was Besseres. Schreiner, krumm, segelte Adligern. Wenn ich vertrank, dann gewinne. So kann man auch XP machen. Ich habe aber zum Glück noch ein paar Mentor-Tränke. Die kann man übrigens beim Händler so gut wie gar nicht kaufen. Kann man meistens nur finden. Als Hinterlassenschaften. Ganz selten, dass man mal welche kaufen kann. 2.222 Erfahrungen. Das ist ungefähr die Hälfte mehr, ja. Mentor-Tränke bringt ungefähr 50% mehr. Ungefähr. Bisschen mehr. Jetzt sind die Treppe hinab ungefähr 60%. Mö, was? Mö, halt da mal stehen. 8 Rittpunkte weniger. 1.810. du und du und der und der und du und du noch mal den bisschen so weichklopfen wir sind kotelett oder schnitzeln auch platt kloppen mehrfach drei kügelchen damals eine an erfahrung von ich glaube 10 schön weiter geht's da sind wir schon da wollte ich hin kann man im kreis gehen von mir aus der zwei eingänge ein und ausgänge muss mir nicht so viel laufen hier ist auch noch ein eingang genau immer hier rein und so verkaufen schon mal hier sind cool aus aber zu schwach eine schweiz scheinbar ja die wartet zwei händen so schüttend weg die auch noch zum farmen Warum nicht? Noch ein? Ne, das war's. Okay. Äh, weiß nicht, was ich hier wollte. Komm raus. Ich hab noch ein paar Wintertränke. Geht ein bisschen schneller. Am besten jetzt hier in dem Gebiet erst mal bis 50 Level. Das sind 8 Level. Hui. Aber ist besser. Die Büsse sind nicht schon über 50. 50, 51 ungefähr. Das wird nicht weniger. Ja, ja, hier sind wir in der schönen Gruppen. Der Twerkrautschen zu. So, du noch. Komm voll um da, Schamane. So, die drei noch. Hä? Wo kommt der denn her? Alles einsammeln. So. Da kam sie rein. Zack. Okay, dann mach ich wieder eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Zerkwet. Bis dahin. Tschö mit Öl. trick哥. rabbits click. Tschö mit Öl. Dann scho mit Öl. Tschö mit Öl. Tschö mito. Tchö mit Öl.